Gut gearbeitet, er hat den Ball. Caheri, der Ball ist drin. Ganz, ganz bitter für den Keeper, den wollte er natürlich ganz anders haben. Ja, aber Fehler passieren nun mal. Wichtig ist, dass er jetzt konzentriert weitermacht und es im weiteren Spielverlauf natürlich besser macht. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an.